Speed ist immer geil. Allein im Turnen, am Reck, die Geschwindigkeiten und einfach das Gefühl zu fliegen ist wirklich gut und mit dem Jetski natürlich auch. Das Jahr war bisher brutal im Frühjahr Abitur und Europameisterschaften, jetzt die WM und ja, also ich musste einfach jetzt weg. Also den ganzen Rummel, den hätte ich glaube ich nicht mehr ausgehalten daheim, von daher sehr wichtig und dann gemütlich mit Freundinnen ist natürlich das Beste, was überhaupt möglich ist im Moment. Wir sind jetzt seit knapp sechs Monaten zusammen, hat sich sehr gut entwickelt in den sechs Monaten, läuft richtig gut, haben einen Ring, bedeutet zwar jetzt noch nichts Großartiges, aber einfach so beziehungsmäßig uns schon mal sehr gefestigt. Ich sehe wirklich Turnen nicht als Beruf, also würde es mir keinen Spaß machen, würde ich es nicht machen. Von daher ist es wirklich eine Riesenleidenschaft für mich und ja, sobald länger als eine Woche kein Kontakt zu der Halle ist, drehe ich durch. Also da muss ich wirklich so schnell wie möglich wieder ran. Mein Traum, seitdem ich überhaupt turne oder seitdem ich damit angefangen habe, war schon immer mal an Olympiasieger zu werden. Von daher ist das natürlich ein Riesentraum von mir und so wie es jetzt ausschaut, habe ich dafür auch gute Chancen, aber dafür muss ich hart arbeiten.